Finde das Nest der Kreaturen Na Kampf Messer in Mir kommt der nochmal schlagen Achso Das war's bei Fallout Ich folg die ganze Zeit mit Alt schlagen Was liegt denn da unten Oh, ein schlechtes Schild Warte Was krieg ich Was? Bist du behindert? Da ist ein gepanzerte Outlaw Ha, der ist eingefroren Hinter mir Der ist zersplittert Der ist nur auf dem Boden aufgekommen Der ist zersplittert Easy Korrosion Und Frost Wie ist der wie Neujahr hier Neujahrsböllern Oh, fuck Keine Ahnung Hör mal vor Okay Mondstein Ein bisschen so in die Richtung Kann man hier rüberspringen? Ja, sicher nicht Ja, geht Ach, guck an Ah, das ist nicht fallen Scheiße, die wandern, das ist nicht fallen Oh Widerschreit Warte Ich habe was entdeckt Meine Adleraugen haben etwas gesehen Kommt man da hoch Ja Da kommt man da hoch Ich hab ein Oskett bekommen Hör mal auf hier, den kleinen Lutscher Was gibt es hier unten? Komm hier rein Wow Cool Einer ist doch noch da irgendwo Da bist du Sauerstoffniveau auf 50% Bitte jetzt Links abbiegen Okay Ja, ist da einer? Hallo Was wollten die alle hier? Die wollen dich lieben Nicht runter Nicht runter Du bist sexy Atina Unge Denk doch mal nach Die wollen alle auf die Ruppen reiten Ja, ich glaub's gleich Da ist auch ein Viech hinter dir Talkbagger Ist mir wurscht Eingefroren Eingefroren Und zersplittert Muss man draufhauen, wenn die eingefroren sind Ich weiß Ich will ja nichts sagen Wenn die eben fallen sind, weil sie gerade gesprungen sind Dann kannst du einfach nur fallen lassen Die zersplittert dann selber Das ist ganz lustig Was ist das hier für ein Anus? Du müsstest das Nest finden Wow Also springst du nicht einfach so runter Ist mal viel schneller unten Mit C Also es kommt wieder hoch auch Okay Erstmal Sauerstoff holen Oh Heißer Sauerstoff Autsch Da vorne ist Sauerstoff Komm mir ein bisschen bekannt vor hier die Höhle Wo wir von verreckt sind Oh ja, stimmt Ah, das sind sie Ich brauche die Kleinen Die Großen, da müssen die Eltern sein Ja dann Seht nicht gerade freundlich aus, was? Naja, wie sagt man Wo gehobelt wird, da spritzt Blut Was? Nein Da spritzt Blut Ja, da spritzt Blut Aua Was kann es zu öffnen? Kutsch Ich zieh mich nicht zu dir ran, du Kleiner Jordl Nö Hohe Fangen Oh ja Waffengäste Fangen Nur Müll Ich hab dir ein Ostkid übrig gelassen Hab es mal Nimm es mit Mein Alter von Simo betreibt einen miesen kleinen Laden in einer Rakete Alter ist da viel los Erst mit Donaten werfen Ja Geh ich auch Easy Oh Mondstein Oh fuck Oh steht in den Tark Dicker Oh da ist er Ist eingefroren Das ist tot Liegt da irgendwo Mondstein? Naja, du hast die Sauerstoffteile Doch, da liegt Mondstein Wie viel Mondstein hast du heute schon gefunden, Sandro? Ich glaube nicht 31 Nein Wie viel hast du eingesammelt? Ein Oder Ich bin schon, glaube ich Wie viel hast du am Anfang heute? Nein, nein, nein Alter, der hat mir das Feuer eingeschlagen Aua Warte, nochmal weg hier Ja, ist eingefroren Die Lappenkanone Was? Alter, wie viel sind denn das? Geld einsammeln Eingefroren Warte, ich will zerbursten No Noch einer Kann man es hier Kurz noch was Ist eingefroren Ja, war richtig Oh, ein Skin Wie viele denn noch? Die haben noch genug Muni So ist es ja nicht Ja, ich auch Na, treibst du noch auf Mondstein Hey Okay Ich glaube, jetzt haben wir es Endlich Ich glaube, du hast mir hinten das Ding übrig gelassen In den schlechten Ja, nimmst du auch Aber das waren drei Grüne Die kann man jetzt zusammen kombinieren Zu einem blauen Oder was kommt nach grün? Blau Genau Und du bist Flemme Fatal Äh, Femme Fatal Warum heißt du Femme Fatal? Ach, keine Ahnung Warum heiße ich Hightech Blaster? Wahrscheinlich, weil ich auf Auf Blaster-Schaden gehe Auf Ich gehe ja auf Auf Laser-Waffen-Damage Alles ist cool Alles ist cool Boah, Alter Du bist noch nicht fertig mit der Quest Rede mit Seymour Alle müssen uns weit laufen Ach, komm schon Wir hätten hier doch herfahren sollen Oh mein Gott, da vorne sehe ich schon wieder ein Viech Friere ein Wo ist es hin? Ach, da ist es Das hat sich eingebottelt Mondstein Habe ich schon wieder gefunden Und zack Hat man heute erst zu wenig, ne? Ja Ich hätte gern noch mehr Das war's Alter, was war das für ein Schub? Geil Der kleine Drecksfecher hier Lass einfach durchrennen Hier steigen wir noch kaum auf Ja Jetzt war einfach meine Viecher los Das ist immer ein geiler Oh, Mondstein Geiler Käfer Oh, ich bin eine Waffe Nein, das war mein Was? Ist doch egal Die Frage ist, soll ich es verkaufen? Oder soll ich Soll ich die Waffen lieber verkaufen, um Geld zu machen? Oder soll ich die echt kombinieren? Im Wandler? Ich würde eine blaue kombinieren Also grüne nicht Nope Gebt Platz in der Luft Warte, da ist irgendwas runtergefallen Ah, Geld Jetzt können wir es aber noch, glaube ich Oh, der zieht mich zu sich hin Oh, oh Hallo Der Junge wollte es wissen, ne? Ja, aber richtig Gebt Platz, ist er Mondstein Kein Mondstein, Schade Auto 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 Ich komme mir vor wie ein Star Wars hier Da kommt man wieder nicht durch Ich weiß Wieso hole ich mir eigentlich ein Auto? Wieso tue ich das? Ging es denn nicht zu Pickel? Pickel? Ja, ja, der Das kleine Dreckskind Der Dreckskind? Das Dreckskind, der ist der Meine Nase juckt Ne, ging nicht zu Pickel Ne, da geht es zu deiner Oma Was ist das denn für eine Rakete? Die habe ich noch nie gesehen Das haben wir noch gar nicht gefunden Ich schon, nerder Was will der? Der Simo, wie sieht denn der aus, ey? Wir sollen die eingefangenen Trashen in die Rakete laden Was bringt das uns? Halt da Alter, was machen die da? Mein süß Schau mal, sind die süß Mensch, putz ich Tschüss Tschüss Abflug Schießt ihr die hin? Aua Hä? Wann doch oben? Ach, der Ach, der Der Hammerlock wollte die haben Ist doch unten eine Waffelküste irgendwo Genau, der Hammerlock hat uns mal Vor Ewigkeiten diesen Auftrag gegeben Und der wollte die Zwei Viecher haben Alter, wie es aussieht Tschüss Was denken die sich jetzt, die Viecher? Die denken sich jetzt YOLO Wo ist was? Ach, da ist ein Klo So Simo Belohnung Wir kriegen den Sniper 1363 XP Und 281 Donaris Hüte dich vor den Zähnen Cool Das ist ein Sniper mit Okay, das ist gut Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Das empfindliche Ökosystem Pandoras Aus dem Gleichgewicht gebracht Ach was Was sollen diese kleinen Racker schon ausrichten? Ähm Was sollen diese kleinen Racker schon ausrichten? Du weißt, wie es unter der Hauptstadt Im Borderlands 2 aussah Da waren doch nur solche Viecher, ne? Ja Ja, ja Ich glaube, dass der Hammerlock war daran schuld, dass sich diese Viecher hier ausgebreitet hat Auf Pandora Ja, was machst du hier? Hast du das neue Sniper schon gesehen? Ja Ich habe es ausgerüstet Echt? Das macht aber wenig Damage 206 bei mir 211 Okay Aber er hat kein Visier, das ist cool Kann mal in Nachkampf gehen mit dem Ja Hat ja auch vorne ein Bayonett Ja Easy Was? Testen Testen Ach, da ist ein Opfer Alter Du musst nur treffen Das ist gut Du musst echt nur treffen mit dem Ding Hast du den Mondstein fallen lassen? Ne Ah, okay Wenn er ein Schild hat, dann Hallo, wo bin ich denn? Alter, was macht er denn? What? Cool Fress mal eine Granate, ja Miesen Wichser Ja Und dich Er schuldigt nur noch Geld So, erstmal in den Nahkampf gehen Uh Mondstein Ich bin voll Können mal verkaufen gehen Okay, jetzt wird sie zu doof hier Tschüss, ihr kleinen Penner Bum, bum, bum Fuck Nein Warte, ich brauch nen Gegner Das ist auch Sprenkel Ich brauch nen Gegner Da oben ist einer Warte, ich brauch ne andere Waffe Ich nehm die hier Da, 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 da Krieg ich den her Natürlich krieg ich den So Das sind hier gerade nen Mondstein Oh, Geld Warte, was schießt er da vor uns? Ich bin, keine Ahnung, irgendwo oben links Ach, mein, mein Wolf macht den schon Ach, ein Fluggerät Äh Zack Weck die Sau Hihi So Und da kommen immer noch mehr So, müssen wir dann eigentlich hier hin? Wir bauen uns eine Roboter Ach, du, du bist Mondstein Wo? Mondstein Ach, da Erstmal dich gerade flaschen So, erstmal zu Triton Flats Hey, du bist noch im Menü Warum? Ist immer noch im Menü? Nein, machen wir nicht die Story-Mission Kann man kurz die Waffen abgeben? Ich hab wieder ein paar weiße im Menü Achso, dann gehen wir als Okay, dann reise ich jetzt nach Äh, Concordia Nein, nein Wir müssen immer noch da Triton Flats Ja, aber kann man da das wegmachen? Ja Okay Kriegt man das da los? Ja Das war schon immer da auf der Map Okay Ah, spielt Ah, okay Willst du fahren? Meine Waffenautomaten schaffen Abhilfe So, lila Waffen behalte ich mal Also grüne Waffen verkaufen, hast du gesagt? Okay, dann kann ich jetzt Steig mal inne Na, gleich Aber was ist mit den normalen Waffen? Sollen wir die jetzt wieder sammeln? Nein, nein Die geben wir ab Die geben wir jetzt ab Oh Warte, dann muss ich kurz zurückkaufen Weil ich hab gerade weiße Waffen verkauft Blau blau Weiß weiß Was ist mit Was ist mit blauen Blauen Granaten Grünen Granaten Warte, grün war schon schlechter als blau, oder? Ja Okay Die ganzen Effekte hier Das ist cool Die ganzen Partikel So Ich hab noch Ich hab noch zwei Skins zum Einlösen Warte mal schnell Wo ist mein Mauszeuger? Wo ist er hin? Piu Alter, hier ist alles voller Partikel Ich weiß Tja Das sieht cool aus So Ich muss über die Brücke Ich weiß Was ist das behindert? Hallo Freunde Hat er gelernt? Der Junge Ich weiß Oh, hallo Freunde Was? Wer schießt da auf mich? Hä? Wer schießt da auf mich? Von unten? Ach, der da oben Hier muss man eine Runde sterben So Sonst da wer? Ach, der da hinten Alter, der ist zerstört worden Ich sauber mal die Umgebung Oh, nein, nein Ich bin zweitgesprungen Da kam ein Mondstand raus Äh, ich glaub du musst mir helfen Ich seh keinen Weg mehr Oben auf dem Dach Ja Ja, schau mal wo ich bin Ja Easy Rechts ist ein Auto Eingefroren, die Kanone Ich mach das Auto Wo kam Mondstand raus? Auto ist tot Mach ich erstmal Ich mach erstmal Ich mach erstmal Rausch auf an Herz mit Platz Astreiner Kill Kommt da wieder die Bad Asses raus? Ja, ich glaub schon Guck mal, der springt runter Der Wechsel Oh, Mondstein Oh, Mondstein Oh Da kommt doch bestimmt gleich noch ein Bad Ass raus, oder? Komm ich hier hoch? Äh Ne, komm ich nicht Ja Da ist mir Sachen abgeben Ich hab nur drei Waffen zum Abgeben Mehr hab ich nicht No, Abgeben 28 Waffen 31 31 Ach, da ist noch ein Bad Ass Seh nicht Die heilenden Schwingen des Friedens, ey Kommt man hier hoch? Ne, kommt man natürlich nicht Oh, ich fehle mal einigen Kollegen Hab ich grad vor Und Mondstein Und ne weiße Waffe Kann ich gleich wieder abgeben Ach, das ist jetzt vorbei Beides Oh Irgendwas Rotes Achso Da ist Ah, da links drüber müssen wir das gleiche Ich hab das Auto get damaged Nice Müsst du nicht mitfahren? Das ist leider links drüben, oder? Easy win Warte, da fliegt was Da vorne sind sie Warte, warte, warte Nicht schießen Nicht schießen Nicht schießen Ach, da müssen wir mich einflühen Also ich bin wahrscheinlich der Verwirrteste hier Ich mag euch beide und ziele trotzdem auf euch Ja, ganz bestimmt bist du der Verwirrteste Nach mir Ich weiß nicht mal, warum wir streiten Trotzdem ballere ich gleich los Das sind die behindert Kamerjäger Dein Instinkt wird dir sagen Auf wessen Seite du dich bei diesem Konflikt stellen sollst Die sehen alle gleich aus Warte, schau mal auf die Waffen Wer hat die coolste Waffe? Warte, warte, was hat der? Was hat der auf dem Rücken? Also der hat eine SMG, der ist langweilig Was hat der? Der hat so eine doppelte Ich würde den hier nehmen, oder? Ist das eine Strahlenwaffe? Eine Laserwaffe? Ne, aber nimm die Ich weiß gar nicht, was los ist Weniger heilend, als ich gehofft hatte Trotzdem, danke Recruit, zurück zur Basis Denke unterwegs darüber nach Was hier geschehen ist Und welche Lehren man daraus ziehen kann Der mit der coolsten Waffe überlebt Okay Was hat er sonst gebracht? Keine Ahnung Wir schauen mal kurz, ob ich mir billige Waffen kaufen kann Waffen, wundervolle Waffen! Ähm, wir haben noch eine Nebenmission, die wir machen können Boah, ich kaufe mir doch nicht für 1500 hier Normale Waffen, das ist doch voll behindert Das normale Schild kann weg Und das grüne Schild Vorbeides grüne Waffen nicht mehr Ah, okay, okay Ich kaufe immer Waffen an, die du nicht mehr brauchst Vorbeides da hinten, glaube ich Ein Millions der Kunde Leb wohl, mein Freund Ja Ich mache, dass du atmest weiter, ja? Ja Wir müssen uns zu der selben Position Okay Suche in der Nähe von Lunar Junction Was sollen wir da suchen? Nochmal Pickel Was sollen wir für den Pickel suchen? Ja, und das ist auch unsere Hauptmission in der Nähe Ah, alles klar Da gibts eine goldene Waffe zu kaufen Die kostet 31.000 Was? Wo? Wo? Was im Automaten? Da war ich grad drin im Sonnenangebot Ja Die ist grad jetzt neu reingekommen Alter Speedkills Das hat nicht viele Feuerrate 13,4 Kann ich mir nicht leisten Vergiss, ich hab 8.000 Oh, das ist eine interessante Klasse Hm? Supraleiter Rückkopplung Na 1